Oh nein, wo ich dafür finde, ne 5, ne 6 und ne 6. Komm, lauf. Lauf, Samson. Heyo, Minecraft-Freunde. Willkommen zu einer Runde Minecrafter. Ärger dich nicht. Ich stelle mal eben die Spielleiter vor von den jeweiligen Teams. Hallo, Mr. Moor. Hallo, komm. Du bist Team Turquoise oder Team Blau. Das ist mein Team. Dann habe ich hier drüben Team Freaks LP. Ja, hallo. Ich bin Samson und Ari und Dr. Banks mit Briefed und Dirty Games. Ja, Team Rot. Das passt doch zu dir, Banks. Richtig. Minecraft ärgere dich nicht. Das ist Mensch, ärgere dich nicht quasi in Minecraft, wie man auch sieht. Mit Mini-Spielen und ja, wir können loslegen. Also ich gebe das Startsignal. Jetzt muss irgendwo im Hintergrund. Ah. Nice. 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 Kann ich fliegen? Oh, nice. Ja, du kannst fliegen, genau. Und deine Spielfiguren? Ich bin dran. Ich bin dran. Warte, Banks, ich komme in deinem Bildgefühl, damit du einen roten Kreis um mich machen kannst. Nein. Hallo. Bin nochmal dran. Nein. Bin nochmal dran. Jawohl. Nein. Zack. Oh ja. Oh, noch zwei Sechsen. Alles klar. So. Okay. Nice. Also ich habe den ersten jetzt rausgeholt aus meinem Kostel mit einer Sechs. Und dann, ich glaube ja gleich nochmal, wenn ich nochmal eine Sechs habe. Äh, zack. Oh, eine Eins. Eine Eins. Verdient. Und der hat jetzt, äh, einfach verdient die Games, meine Spielfigur ist jetzt, äh, Den musst du anklicken. Anklicken? Ja. Einmal schlagen. Einmal schlagen. Nice. Lauf mal schneller, Mann. So, Mr. Boy, jetzt bist du mal dran hier. Würfel. Äh, ähm, äh. Ey, du kriegst eh keine Sechs. Komm, gib auf. Was? Scheiße. Ja, komm. Willst du noch mal Würfeln? Ja. Du darfst doch mal, weil du eine Sechs gewürfelt hast. Eine, zwei. Jetzt musst du die Spielfigur anklicken. Ich will nicht. Du bist dran. Okay. Kannst du jetzt laut rausgehen? Donnerblitz. Komm, du bist dran. Okay. Und eine. Warte, ich muss den Würfel entnehmen. Eine Fünf. Eine Fünf? Ey. Eine Fünf? Und noch eine Fünf? Ja, ich bin dran. Ich bin dran. Warum eine Drei? Eine Fünf? Vier? Eine Drei? Ja. Eine Zwei bitte, eine Zwei bitte. Eine Zwei, was? Alles klar, wahrscheinlich. Oh, nein. Was müssen die schlagen genau? Das ist doch richtig, ey. Boah. Ich sehe schon, wir campen hier jetzt nur in unserem Häuschen. Ja, wie kann man so viel Lack haben? So scheiße. Oh, Mr. Moore. Komm schon. Kann man, dass jemand kontrollieren, ob das hier mit rechten Dingen bei dem zugeht? Nein, das ist doch nichts. Lächerlich. Lächerlich. Die schnellste Runde, Minecrafter, ehrlich, nicht? Ever? Minecraft, Weltrekord? What's up? Mr. Moore. Er ist schon mal wieder der Base. Oh, Mr. Moore, ich kick dich hier raus. Ja, aber darf nochmal würfeln. Oh, wenn du jetzt den Effekt würfelst. Eine Zwei. Sechs. Du musst dich retten, du musst dich retten. So. So. Ich habe gar nicht so viele rote Kreise wie Revell. Oh. Welche Überraschung. Replika hat sich im Feld versteckt. Wir spielen jetzt Replika. Oh nein. Doch nicht. Oh nein. Okay, war nur Tor. Oh nein. Ich hasse Replika. Warum immer ne Fünf? Warum? Diese Scheiß Fünf. Und noch ein Eins. Oh. Und jetzt komm. Bitte. Ist wie der Notenspiegel in der Schule, ey. Eins, Fünf. Ne Fünf. Geil. Auch. Und noch ne Fünf. Ja, warum nicht? Noch ne Fünf. Ich kenn das. Wir beide haben glaube ich die gleichen Würfel. Ach, Mann. Nur ne Zwei. Besser als nichts. Ja, besser als immer noch. Oh, jetzt kommt Moore schon wieder. Nur ne Drei. Was ist denn los? Bist du erkältet? Sag mal, du darfst laufen. Ja, ich hab die Krankheit. Die Würfelkrankheit. Oh nein. Ich hätte ihn nicht üben wählen dürfen. Ja, ach was. Stimmt. Darf er überhaupt da auf dem Feld stehen? Ich glaub, man muss noch einen weiterlaufen. So, ich bin aber jetzt noch mein Würfel. Mr. Moore aus YouTuber Projekt. Gewandt. Komm schon. Ich muss mit meinem Team gemeinsam würfeln. Team, Team, Team. Kommt her, Team. Und. Ah, ne Zwei. Jetzt aber. Ne Vier. Ah, Mann ey. Ne Zwei schon wieder. Noah, du bist gerettet. Ne Sechs. Ah, endlich. Yes und ne Eins. So, ich nehm mal A. Warte, ich muss dich schlagen, oder? Achso. Ich find das nicht gut, dass wir mit anderen Menschen spielen. Achso, du hast sie bereits ausgewählt. Okay. Okay. Ah, jetzt hat es geleckt, glaub ich kurz. Let's go. Und. Ey, ich hab nur so ein Mist bei Banks. Läuft, Leute. Ja, aber bei dir, Moore, ne? Ja, und bei Gomme läuft noch mehr. Ich werd gleich, ja komm, ich werd gleich alle von Mr. Moore raushauen. Ich seh's schon kommen. Ah, das ist ja so nice. Sag, Bert, verschwinde schnell da. Du musst rennen, Mann. Laufschlampe. So, komm wir jetzt dran. Komm schon, komm. Und noch ne Fünf. Ich würd ja jetzt gerne mal ne zweite Sechs machen. Bei mir leckt der Würfel ne Drei. Was soll das? Es liegt am lecken ne Würfel. Immer die Ausreden. Und noch ne Fünf. Mann ey. Ne Sechs. Oh nein. Hätte der Würfel doch nur besser gekriegt. Okay. Ja, so. Ari. Du musst weiter auf dem. Ich hab ja sogar zwei Sechsen. Ja, ich hab den Überping, ey. Null MS, ey. Ich sitz im Rechenzentrum. Er ist extra extra dahin gefahren. Ja, ich bin grad nach Frankfurt. Hat jetzt den Pizzer aufgebaut. Hört ihr das nicht? Diese Lüfter? Pfff. Wie ist hier? Wenn ihr euch zu... Ihr habt ja die Köpfe mit dem Winter. Und könnt ihr euch damit zu euren Spielern teleportieren. Wo ist denn Ari? Warte. Warte, ich muss die ja mal schlagen. So. Jetzt. Entspannte Nummer. Ja, das ist ziemlich bitter, würd ich sagen. Ja. Zack. Oh, jetzt. Komm, 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 komm. Jetzt haut Banks raus. Ne Drei. Dann muss man eine Spielfigur finden. Du hast dafür den Teleporter. Also du kannst dich mit dem Kopf in den Tal teleportieren. Zack. Ah ja, perfekt. So, wofür sind denn überhaupt eure ganzen Spielfiguren? Ich seh grad gar keinen mehr. Der ist hier bei grünen gleich. Bei grünen? Ach so. Warte mal. Oh, Labyrinth. Ich spiel ne Runde. Achke Scheiße. Geht sofort los. Geht sofort los. Na? Gewonnen. Nein, Spaß. Ich lauf Banks hinterher. Nein, verdammt. Geh weg. Das war keine gute Idee. Das geb ich mir im Game Mode Stein und verarbeite das Labyrinth. Ja, probier doch. Probier. Häckst dich da erstmal durch. Die haben das extra. Oh nein. Nein, wir haben's. 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 Wieso? Ich hab's. Nicht. Ich hab's. Willkommen im Schlosspark WT. Nein, das haben sie nicht gemacht. Verdammt, Leute. Das ist voll Labyrinth-mäßig hier. Oh Gott. Hilfe, ich hab' ich verlaufen. Ist ja hier wie im Labyrinth. Vergangen, er war doch vorn bei mir. Ja, der ist hier irgendwo langgelaufen. Endlich hab' ich einmal Glück hier heute in der Runde. Wo ich selber war hier. Oh, ich bin genau dran. Hä, wo ist denn hier der Eingang? Ja, wir sind da... Ich bin da auch genau dran gewesen. Hä, wo ist denn... Wo wir... Oh, ich hab's ja auch gefunden. So, ab geht's. Oh, bitte. So, komme. Jetzt geht's los. Ich komme zu dir. Nein. Ich bin da. Ja, ja, hab' ich gerade auch eben kurz gemacht. Ich lauf' die ganze Zeit im Kreis. Was soll das? Hilfe. Also dieses Wald-Dingen hier oben, dieses Dschungel-Paradies ist ja richtig schlimm. Du du. Ah, nice. Oh, muss man hier hochlaufen? Wo muss man denn jetzt... Wo bin ich denn hier schon wieder gelandet? Hä? Wo zur Hölle bin ich hier? Ach, warte. Komm, bist du... Warte, du warst grad hier. Kann das sein? Ja, ich bin jetzt hier, genau. Flyhacks darf ich nicht benutzen. Ach, hi. Na, hier. Da bin ich wieder. Darf man hier überhaupt... Muss man hier überhaupt hoch? Das ist jetzt endlich... Ja, ich weiß es nicht. Ich glaub, das ist voll der Troll. Ich glaub, das ist der Megatroll. Und was ist das? Ach, das ist auch... Hä? Hä? Hä, man kann aber noch hoch, oder? Ich glaub, wenn der Mond hat bestimmt hoch. Oder? Ich weiß es nicht. Hä, man kann hier aber an zwei Seiten hoch, aber das ist immer dasselbe, oder? Darf man hier hochspringen? Ich seh auch nicht. Darf man hier hochspringen? Hat jemand ein Feuerzeug? Können wir das nicht abfackeln, hier alles? Ich lauf jetzt wieder zurück. Irgendwie war das überhaupt nichts, ne? Alter, wo ist denn hier der Ausgang? Vor allem, wir laufen uns alle hintereinander hinterher. Geil. Das war schon richtig. Es gibt ja nicht so viele Wege, oder? Wir müssen doch hier lang, oder? Ich bin richtig voll irritiert. Ja, hier ist Sackgasse. Der andere Weg, der noch gehen würde. Ich verfolge Bench, damit er nicht vor mir ist. Hau ab! Ah, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ich hab auch noch ne Idee. Schade. Du hast Martin Möpp schon mal gespielt, der Hacker. Ja, ey. Der kennt die. Der kennt die. Bestimmt. Ja klar, alles klar, ey. Warte, das muss doch irgendwo sein. Hä? Ich bin hier schon wieder, schon wieder hier oben. Ich hatte ja die Theorie, dass das in den Brunnen versteckt ist, aber ist das nicht. Guck dir das an, Moor! Siehst du das? Das ist doch verarscht. Das ist dahinter, das kann nicht sein. Bug. Nein Spaß. Failboaten. Wo? Hä? Das ist so schwierig. Was? Leumon! Ja! Wir haben's gefunden! Hier nicht! Nein, nein, kommt das nächste! Verdammt! Ach nein! Wo war das jetzt? Das müsst ihr ja herausfinden, Leute. Das muss ja hier irgendwo sein. Nein, die waren irgendwo anders. Die waren viel weiter auf der rechten Seite. Nein, 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 nein. Wir waren aber richtig. Nicht die Treppe hoch? Doch, doch. Nein, nein, nein. Du verarschst mich jetzt. Nein, nein, nein. Du musst doch die Treppe hoch. Oh mein Gott. Ja, und welche? Ja, das musst du jetzt wissen. Die rechte, ne? Nein! Nein! Das war so knapp, Alter! Du hättest die Treppe hoch und oben war's auf der rechten Seite ganz hinten in der Ecke. Was? Da war ich doch dreimal. Ja, ganz hinten in der Ecke. Ja, ja, man hat das einmal gesehen da durch, durch die Lianen. Und dann musste man außen rumlaufen. Und dann haben ich und Mr. Moor das gefunden. Aber Mr. Moor war leider schnell durch das Glas da brennt. Okay. Hallo Spielfiguren, hallo. Wow, Spiel startet. Oh Gott. Oh, ich war in 15 Sekunden. In 10. Ach, jetzt sind wir aber im ganzen Team. Müssen alle ins Ziel kommen oder der erste? Team Blau, wenn ihr verkackt, dann fick ich euch. Was müssen wir hier leben drunter springen oder auf die Böcke springen? Auf die Böcke springen, ne? Ist doch... Wow! Oh, ich hab Instant verkackt. Instant weggeboostet. Ach, ich wurde geschlagen. Ach, wir können uns ja auch tothauen, ne? Ja, sicher. Alles klar. Ich hab mich schon gewundert, wieso ich so weit geflogen bin. Ich wurde geschlagen, ganz klar, Hacker. Leute, wir hacken die Leute. Meine Spielfiguren machen das. Jesse, du machst das. Oh nein. Oh Gott, das überdebe ich nicht. Ich hab so viele Videos hier gebracht. Das muss da was gebracht haben jetzt hier. Ich nicht. Ja. Aua. Die Übung. Übung macht den Meister, ne? Das kann man nicht überleben, wo ich hier bin. Was ist denn das? Nein! Wer ist drauf? Oh, jawoll! Mein Team! Banks hat gewonnen! Shit, ich war auch unten. Toll! Das gibt's nicht. Aber ich bin dran mit Würfeln gerade. Ich hab dich danach nicht aus dem Haus rausgebracht, aber... Komm, wir dürfen nochmal Würfeln, ne? Oh, drei, drei und komm! Einmal darfst du noch, einmal darfst du noch. Noch ne drei. Ja, bei mir kommt auch nie die sechs irgendwie. Ich hab nochmal ne fünf, geil! So, Ari, jetzt go! Hätt ich jetzt nicht doppelt würfeln müssen oder so? Ja, eigentlich schon. Ich werde betrogen! Mein Kampf, betrüge dich nicht! Ach, ne, ne, ist haut hin, ne, haut hin. Wahrscheinlich gleich, wenn du dran bist. Ja, ja, eben deswegen. Ja. Jetzt hat ne sechs gewürfelt. Das war aber doppelt. Also es war keine. Ach so. Dann hol ich dich hier mal raus aus der Bude. Warum bekommen die alle sechs so nicht nie? Was ist denn das für ein Pech hier? Ja, es war keine sechs, es war ne doppelte. Ach so. Vor allem, du bist, du bist... Ja! Immer noch! Ja, Mann! Das tut mir so leid. Du, dann läuft sie nach Hause. Ich darf nochmal, oder? Ah ne, das ist doch nicht. Das ist... Hab ich jemanden rausgekickt? Ja. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Easy get wrecked! TT's Beef! Oh, jetzt geht's los! Ach du Scheiße! Und wir alle! Gegeneinander! Ja, oh Mann, das wird doch hier totales Chaos. Team Blau! Mein Team! Meine Ecke! Mein Team! Hier, zu Wolfi, Wolfi! Hier, Ari! Bist du... Oh nein, das ist... Vorsicht! Schnell, schnell, schnell! Auf die anderen Teams! Und wir beide müssen... Wir müssen hier aufpassen! Muss man alle Teams... Also muss man das ganze Team auslöschen? Ja, ne? Wir werden's... Nein, ich bin gestorben! Oh Gott, ich bin gestorben! Oh Gott, ich bin gestorben! Das gibt's nicht! Bin gestorben! Hex! Schätze die auf! Verdammt! Oh nein! Oh Gott, das war richtig knapp gerade! Mein Team macht das schon, ich hab da Vertrauen! Moa! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein, nein, nein! Ja? Boah! Alter, mein Team ist einfach noch da! Komplett! Lol, nice! Voll gut, wir müssen nur noch Moa runter! Yes! Warte! Gewinnen wir jetzt? Jetzt müssen wir eigentlich gewinnen! Normalerweise! Ich hab gewonnen, glaube ich, oder? Weil wir ja Team sind, oder? Müssen... Bettet unter euch! Okay! Und Schuss! Ich seh das gar nicht! Ich bin irgendwo ganz woanders gelandet! Ich auch leider! Wo? Oh Gott, ich hab mich fast selber... ...untergeschickt! 1, 2 und... Ah! Oh! Komm! Nein! Oh! Oh! Schade! So, und jetzt? Oh, ach so! So, komm! Dein Team hier! Dein Team, du! Dein Team, du! Und... Oh! Oh! GG! Also, ich muss ja wirklich sagen... Mein Team... Oh! Wow! Alter! Aber jetzt! Das kann nur von... Komm, komm, komm! Jello bekommt einen Bonuswürfel! Yippie! Okay, wie mach ich denn jetzt? Kann ich irgendjemanden rausschmeißen? Äh... Tut mir so leid, dass du hier wieder bist! Nee! Komm! Go! Oh! Ist der Mord? Nee, doch nicht! Der war so ein Feuerwerk! Und... Auf Minion! Ist bei irgendwem eigentlich schon die Figur fast durch? Meiner ist noch nicht einmal rausgekommen! Also, meiner hat die Hälfte jetzt! Ich muss... Muss mal grad irgendwie einen Überblick kriegen... Oh, nochmal würfeln! Ähm... Und nochmal würfeln! Oh, du hast eine 6! Oh! Oh! Was ist da denn los? Oh! 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 Ja, der 1! Sieh auf Ball! Schnell, Schrittes voran, ne? Juhu, Jesse! Wir beide! Dann holen wir mal Dich! Wir hauen jetzt Armi raus! Dann! Nein, ich hab dich... Ach, ich hätte dich da nicht stehen lassen dürfen. Das war ja mega dumm! Ne 2! Let's go! Jetzt hast du genau das gehabt, was ich hatte, Brink! Ich war so dumm! Welche Überraschung! Mini Aura hat sich im Feld versteckt! Oh! Ok, schnell anziehen hier die Sachen. Oh Gott, das wird... Mini Aura, ach du Scheiße, jetzt kommt's ey! Ich geh in mein Haus, lass mich in Ruhe! Ich brauch die Bonuswürfel! Wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Ach, gibt gar kein Team! Verdammt! Genau! Das ist immer unterschiedlich, mal... Wow! Ich bin endlich gestorben! Hä, wodurch bist du gestorben? Durch mich! Hey, ich hab den Übernockback bekommen! Ja, Hex, ey, was glaubst du denn? Wo? Hey, lol! Oh! Ja! Hahaha! Mr. Mo... Jo, ihr landet einfach beide hier noch! Aber wie denn? Oh! Ach du Scheiße! Oh! John Cena! Dik. Dik, dik, dik. Dik, dik, dik. This is, tsr. Ohh. Oh! Komm, eh? Fliege! Komm, du bist gerade schon so schön runter geflogen. Ja, eben. Ich fand das so toll. Hey, hat das was mit der Angel zu tun? Nee, ne? Nee, nee. Man, jetzt kann ich gar nicht richtig mitspielen. Komm schon. Oh Gott. Ihr beide fliegt! Ja! Ja, nice. Ja, verschwindet schon eure Enderperlen. Oh shit, oh... Ey, hä, wieso fliegst du einfach nicht? Ja, weil du nämlich dich getroffen hast. Hä, natürlich hab ich getroffen. Ja, natürlich, das hätte ich auch gesagt. Oh nein, Boots. Oh nein! Scheiße, ich bin deutsch. Ich hab die Enderperle daneben geschmissen. Das ist jetzt bitter gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte doch so gern den Extrawürfel haben. Komm her, was up? Was up, er kann sich teleportieren. Er benutzt die OP-Rechte zum Gewinn. Boah, nee, hör mir auf mal. Game-Mode. Ich brauch doch, du weißt doch, ich brauch doch den Würfel. Oh! Da fliegt die Ender... Nee, kommst du nicht. Die fliegt nur nach oben. Ich hab ja gesagt, dass ich im nächsten... Oh, das gibt einen schönen Bonus-Würfel. Perfekt. Erstes Minispiel. GG. Schade. Das ich hier gewonnen hab. Komm, es gibt nur noch eine 6 hier. Oh, das ist so erbärmend. Das ist gar nicht so gut, dass ich einen Bonus-Würfel hab, weil Jesse dann bestimmt gleich vor Ari landet und Ari mich dann wiederum rauswirft. Ari, du musst das gleich machen, ne? Wir müssen... Ich muss gut würfeln, damit... Damit ich Jesse rauswerfen kann. Oh nein, da hinten kommt Dirty Games auf. Laufzangenwert. Dirty Games, du kannst auch gerne ein bisschen weiterlaufen. Achtung. Nein, nein, nein. Den Fehler mach ich nicht. Und ich würfel eine. Eine 6. Okay, das war aber eine Bonus-6. Das heißt... Haben jetzt alle ihre Leute raus, außer ich? Wie sieht das aus? Ja, anscheinend. Achso, sind alle da jetzt noch jemand zu Hause? Achso, okay, bei mir auch. Achso, bei mir sind beide draußen. Oh, hier, wie weit Jesse gerade durchlaufen konnte. Perfekt. Und ich darf noch mal würfeln. Eine 2. Okay, Jesse nochmal 2 nach vorne. Ach komm schon! Nein! Ja! Ja bitte! Ja! Zangenwert wurde! Und es geht so gut los! Oh, da geht's ja los! PVP! Oh Gott, PVP! Mr. Mostrache! Mr. Mostrache! Ja, das bringt mir nix. Ich hab keine Figuren mehr auf dem Feld. Das ist voll verarschend. Ich bin fast in die Lada gesprungen. Geil auf Banks! Er hat Ping! Geil! Pick dich einfach, du Targeter! Viel Spaß! Fall auf Banks! Er hat Ping! Er hat Ping! Ich hör nur Pat. Pat ist auf der Tour. Boah! Boah! Ja, es geht einfach auf mich! Ich geh auf dich! Alle, Ping Player! Boah Spam! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, mir hier, da kriegst du aber noch mal ein bisschen... Oha! Oha! Hört mal! Kinder! Yo! Ich mach das ein... Warte auf mich! Was ist da los? Und dann kommt Banks von hinten! Moah! Ja! Untersteh dich! Komm her! Komm her! Ich hab noch genug Leben! Du nicht! Nein! Moah! Du Arsch! Ich hab früh getötet! Mami! Hast du den Goldapfel von ihm bekommen? Ne, ich glaub die Sachen droppen nicht, oder? Kick dich! Oh! Auf Banks! Auf Banks! Komm, schieß! Töte ihn! Treffer! Ich treffe beide abwechselnd hier gerade! Wegen der 1.8. Wie der ist denn? Ich seh genau Mr.Bors Sicht! Einfach anklicken! Ach ja! Oh! Ich bin jetzt bei Banks! Alter, wieviel Leben habt ihr denn? Man kriegt ja kaum Schaden, Alter. Ich seh die Leben gar nicht. Ich find das hier gar nicht schade. Ich seh leider nicht, wieviel Leben Mr. Mo noch hat. Oh! Wie denn es stirbt? Oh, gewonnen! Lol! Oh, ich darf würfeln! Aber Mr. Mo, du musst nicht traurig sein. So Ari, jetzt aber schnell! Schnell ins Ziel! Entschuldigung nochmal, dass ich deine Spielfigur rausgekommen habe. Aber Minecrafter ärgere dich nicht! Oh, ich darf nochmal würfeln? Ach, ich hatte ne 6. So, Ari wartet... Jetzt muss aber mal ne 6 ran, hier. Warte mal, wie weit darfst du denn noch? Oh, ein Glück, ein Glück, ein Glück. Oh. Oh, jetzt komm, 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 bitte bitte ne 6. Und... Ne 8! Das ist also sehr doppelt. Komm, lauf! Nein! Nein! Oh Gott, okay, aber ne 8 ist noch weit entfernt. 3, 4, 5, 6, 7... Ne, leider kein... Hm... Mach ich jetzt nochmal? Äh, ich... Doch, eigentlich schon. Das war ja grad nur der Bonuswürfel. Ja, aber das war ja ne 8. Da würfeln. Ja, ja. Das macht... Oh! Hä? Was ist jetzt passiert? Netherjump hat sich versteckt. Hätte Jesse nicht fliegen? Ach ja, aus dem Jump'n'Run. Hab ich nicht gerafft. Oh Gott. Ich bin doch mega scheiße in sowas. Ihr könntet sowas hier einbauen. Ja, ich auch. Vor allem mit so nem Netherjump. Mit Zeun. Oh Gott! Ach Leute, ich war so weit vorne. Ich brenne! Jetzt wird da nix. Ah, Checkpoint. Ist das ein Checkpoint hier, diese... Ja, ist ein Checkpoint, weil man... Da an der Seite nen Leiter hat. Nein! Ja! Ich war zeitgleich mit Zangenbär. Ich war zeitgleich! Was für ein Beschiss! Das war ne Minisekunde. Was für ein Beschiss hier. Und es war so stolz auf mich. Das war ne Minisekunde, Alter. Jesse lebt noch. Jesse lebt noch. Perfekt. Nein! Ah! Ich bekomm ne kleine 6. Nein! Ne Millisekunde. Ne 4. Okay, Jesse, lauf! Puh, Alter! Zum Glück! Nein! Ja! 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 Boah, das wär jetzt so bitter gewesen, ne? Oh, hätt ich ne 5 gewürfelt. Dann hätt ich gelacht. Das wär jetzt auch nicht schlimm gewesen. So weit waren wir doch nicht. Oh, shit! Ah, nice. Wie war das Shift und Leertaste, ne? Oder so? So, wir müssen erstmal... Hä? Naja, Shift und Leertaste, okay. Ja, da hast du ein bisschen Schweinefleisch. Aber... Ich hab auch gar kein Essen. Ich hab auch kein Essen. Oh man. Das fällt hier manchmal runter, glaub ich. Ich sneak in der Ecke. Shit, ich hab ein bisschen zu essen. Shit! Da liegt Essen rum. Nein, das könnt ihr dann werfen, wenn ihr... Jawoll. Ich brauch schnell Essen, ich brauch Essen. Yo! Oh, ich hab glaub ich jemanden gerade rausgehauen. Ich hab noch... Ich hab Essen! Nimm das! Hi! Jawoll! Mit der Faust kann man aber nicht... Was machen wir jetzt? Nein! Ah, da ist Essen. Ah, nice. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Nein, es wurde mir geklaut. Warum werft ihr mich mit Essen ab? Komm schon! Das schöne Essen. Nein! Nein! Mann, 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 ey. Das war bei KFC. Nein, noch keiner gestorben. Okay. Hau Essen. Alter, ich komm hier nicht mehr raus. Oh Gott. Mist, komm ich hier wieder hoch? Ah. Ja, ich hab's geschafft. Boah, ein Glück. Ich bin lebe wieder. Nein! Oh mein Gott, ich bin raus. Nee, du lebst noch? Naja. Bei mir bist du hier oben. Nein. Bist du gestorben? Ein Leben verbleiben. Oh nein! Oh Gott, ich bin tot. Ach so, ein Leben verbleiben. Aha! Ja! Ach, man hat mehrere Leben. Oh, ich bin aber hier unten jetzt schon. Ja, ich bin auch schon einmal gestorben am Anfang für eine Runde. Oh Gott. Und Apfel. Vitaminbombe! Nehmt das! Nein, ich hab nicht irgendwas drauf. Nein, meine Schwäche. Wie stumpf das jetzt kam. Und er löst sich in Rauch auf. Oh, Schicke. Er wirft mich mit Schicke ab. Das tut weh beim Wort. Meine Geheimwaffe. Ja. Ich hab nichts mehr. So, wer will mal ein bisschen Schweinefleisch ins Gesicht haben, ey? So. Er hat mir die Sache geklaut direkt. Nein, ich hab nicht getroffen. Wie kann man so schlecht sein? Pat, nimm das. Nein. Ach verdammt. Hier, nimm ein Schweinefleisch. Aua. Jo, hab uns sogar getroffen, ey. Ja. Sehr gut. Weg, Moor. Nein. Weg mit dir. Oh, ich lebe noch. Boah, wie krass, dass hier mal alles explodiert, ey. Bam. Ich wollte mich töten, die Leute. Au. Ich hab mir ne kleine Taktik überlegt. Die Treppe ist gleich kaputt. Banks, nein. Boah. Oh Gott. Ich hab ne Schaufel. Alter, wie viel hast du denn? Damit musst du Rechtskick machen. Manche Leute essen auch gerne Schaufel. Grieslöffel. Ja, den gönne ich mir auch manchmal. Zwischen die Backen. Wir haben immer so nen schönen Grieslöffel. Oh Gott. Oh Gott. Oh, hier liegt so viel Essen rum und ich komm noch nicht ran. Wohnen. Was ist ein Grieslöffel? Was bringt der? Dr. Banks hat dein Leben gewonnen. Haha. Jawoll. Oh nein, ein Erwachsener. Jetzt, jetzt, jetzt wird rasiert. Was geht denn jetzt los? Das ist mein Team. Geh von meinem Team weg. Da. Nein. Nein. Guck mal, was ist passiert. Wo bin ich? Hier sind ganz viele... Oh, lecker, lecker. Oh, Assomso. So was passiert. Wir kommen nicht mehr hoch. Nein. Ja, sehr gut. Ja, mit Shift. Dingsbums. Ah, ja, okay, ja. Ob das geht. Oh nein. Ah, ich bin runter geflogen. Ich bin ausgeschieden schon. Ich bin raus. Komplett raus. Ach, komme. Schade. Oh, ihr lebt noch? Ja. Am unteren Rand. In der Verzeihung. Zerstört man das? Kann das sein? Nein, oh Gott. Was? Ich komme hier nicht mehr raus. Wo komme ich denn jetzt raus? Alter. Nein, ich bin tot. Ich bin raus. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Ich überlebe, weil ich hier nicht rauskomme. Jetzt aber hier. Ach doch, jetzt komme ich raus. Leben noch meine Teamspieler. Wolfi lebt noch. Das ist gut. Wolfi, kannst du noch für mich reißen. Lebt Ari noch? Ne, Ari ist schon raus. Okay. Aber sowieso. Wolfi weiß, wie das Spiel läuft. Er hat das vorhin auch erklärt. Oh, Wolfi fliegt aus der Welt. Nein. Ja. Kann ich eine leere Schüssel schmeißen? Ja. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Stuff. Was musst du schlafen? Nein. Ach, scheiße. Lebt Jessie noch? Wow, wie sagst du so viel Schlauwelle? Hau rauf, alles was geht. Ja, wie viel habt ihr denn? Haha, das haben wir so sehr gut gemacht. Krass, Alter. Ja, wir sind halt hier die krassen, die krassesten. Wer lebt denn jetzt alles noch? 2, 2, 1. Dirty Games, wo bist du? Boah, da oben ist doch so viel Kram. Wir müssen irgendwie hier wieder rauf. Irgendwie. Ja komm, ihr findet doch bestimmt einen Weg. Boah, das ist natürlich gefährlich. Ja, vor allem wenn man... Nein! Ich bin gestorben! Richtig! Oh Mann! Pass auf, da ist der böse Banks. Okay, Banks ist noch mit 2 Leuten drin. Voll der dicke Hubschrauber. Oder Flugzeug. Voll der dicke Hubschrauber. Voll der dicke Hubschrauber, ey. Junge, hast du noch vergessen. Hä? So ein Feuerball, Junge. So ein großer Hubschrauber. Oh komm! Nein! Oh mein Gott, du bist der Beste! Er hat überlebt! Er hat überlebt! Er hat überlebt! Okay. Oh, jetzt. One on one on one. Außer aus Comics Team ist von jedem Team noch einer dabei. Jetzt wird's interessant. Okay. Oh! 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 Das haben wir so... Sehr gut gemacht! Auch Dödie Games, ich bin enttäuscht! So macht man das. So sieht man das gern. Boah, wie viel Kram hier draußen noch liegt, ne? Und die finden da gar nichts mehr so richtig. Lecker Knochen. Oh nein! Oh nein! Oh! Das war richtig schade gerade. Oh mein Gott! Aber GG! Was hast du gerade in der Spielfigur draußen? Nein! Hahaha! Ah, hier bekommt nix! Haha! Ich hab übrigens schon einen. Oh, ich hab ne Eins. So, Ari, jetzt müsstest du reinlaufen können, ne? Oh, ich hab einen im Haus. Nein! Ich auch. Mäh! Doch! Das ist im Haus, ne? Ja, fängst du auch. Ja, genau. Ich mach jetzt ne Zwei oder ne Sechs. Nice! Sehr gut! Schön! Ach nee, das zählt dann gar nicht okay. Oh, ich muss noch so weit laufen hier. Das ist unfassbar. Ah, bringt mir alles nix. Verdammt. Ach, ja. Oh! Nein! Willkommen nur Zwei! Und? Ne Drei! Nein! Sehr schön! Gut gemacht, Gomme! In eine andere Richtung, oder? Lauf zurück! Lauf zurück! Mach's gerne! Hahaha! Und ping! Zack! Oh, ich bin ja schon wieder dran! Das ging ja jetzt so schnell! So! Bitte nicht! Oh! Jetzt hab ich... Ja! Okay, doch! Die Richtige! Ja! Du hattest Glück, Gomme! Nochmal Glück gehabt! Komm, komm! Meine Sechs! Das wäre so ärgerlich gewesen! Ach, ich muss erst den anderen rausholen! Du musst ja nur noch so ins Ziel kriegen! Ja, Ari muss noch ein bisschen weiter hoch! Oh! Ari steht noch im Eingang! Oh, Mann! Ist noch im... Okay, zuhause, das ist gut! Der ist noch nicht weit! Du führst also gerade, Freaks! Hä? Ne, mein, der ist doch auch nicht weit! Guck mal, hier! Mr. Moore hat jetzt schon jemanden aus... Oh, guck mal! 1, 2, 3, 5... 1, 2, 3, 5... Ja, pass auf! Ich hol Zangbert gleich wieder rein! Keine Sorge! Jessie ist hier bereit! Auf dem Weg! Zangbert! Yo! Okay, ich muss eine... Wähle eine... Ich muss doch eine Figur jetzt eigentlich rausholen! Nicht unbedingt! Ja, dann würde ich... Warte mal, warte mal, warte mal... Warte mal, warte mal... Also vor... Vorhin... Vorhin wurde erklärt, dass es nicht... Ja, ich kann Zangbert raushauen! Ich kann Zangbert raushauen! Ich kann Zangbert raushauen! Oh, Mann! Komm, wir gönnt sich jetzt! Zack, auf geht's! Jawoll! Warte mal! Ich schau mal! 2, 3, 4, 5... Wo geht der? Lärft sie nicht dran vorbei? Nö! Oh! Zangbert ist wieder raus! Das ging ja richtig flott! Wie ärgerlich, Mann! Ja, noch eine 6! Noch eine 6! Du bekommst jetzt nach Hause! Warte mal! Wir sind ja... Wir sind schon bald grün! 1, 2, 3, 4... Mist! Das geht nicht auf! Das geht nicht auf! Okay, ich muss jetzt... Genau! Wolfi, komm raus! Du bist jetzt dran! Du darfst rauskommen! Wolfi! Du musst den erstmal anklicken! Jetzt bin ich... Guck mal, jetzt kommen die 6, ne? Und jetzt eine... Eine 4! Oh! Das tut mir jetzt mit Mr. Moor leid, aber... Manche... Das ist halt Minecraft, der ärgere dich nicht! Ihr hasst mich! Minecraft... Woher weißt du das? Woher? Wow, was ist das denn? Wow! Wow! Was war das denn jetzt? Okay, Spiel startet nochmal, oder was? Ich bin... Ich bin tot! Hä? Wird gewonnen? Keine Ahnung! Also ich bin tot auf jeden Fall! Blue hat einen Bonus erspielt! Ich habe anscheinend gewonnen, oder? Mr. Moor hat einen Bonus! Hä? Viel Spaß! Hä? Was ist jetzt denn los? Ich habe eine 2 gewürfelt anscheinend! Weder eine Figur! Ari kann... So! Okay, Ari kann jetzt laufen! Es geht glaube ich weiter! Ja, es geht anscheinend weiter! Ich bin nicht dran! Okay! Gut! Hat Mr. Moor gewonnen, Souverän? Easy! Oh Mann! Ah, ich habe eine 6! Ach, automatisch! Okay! Dass man nicht Frieden machen kann mit den Figuren auf den Feldern! Dann hätte ich ein bisschen noch nicht rausgehauen! Glaube ich! Da muss ich jetzt... Ach, das geht automatisch! Sehr schön! Jetzt hole ich auf meine Freunde! Jetzt hatte ich eine 6 endlich! Boah, du hast doch jetzt gar keinen mehr draußen, oder? Ich habe eine 9 gewürfelt, deswegen kam keiner raus! Danke! Eine 2! Und... Eine 4! Jetzt darf ich... So bitter ist das denn bitte! Jawoll, Jessi! Rein in die gute Stube! Du bist die Erste hier aus unserem Team! Das brauche ich! Ich brauche nicht... Jetzt hat jeder einen drin! Außer... Boah! So! Also jetzt kein Hate-Mischung! Und wer hätte das... Verdammt schlecht! Wer hätte das am Anfang gedacht? Nur Offens! Ohne 1! Oh! Ganz schlecht! Warte mal! Wie weit muss Ari denn? Warte, jetzt... Geh mal ganz rein! Müssen die Spielführer ganz durchrücken? Ach man muss in das Haus! Ne, ne? Nur ins Haus! Echt? Ah, da ist noch ein Feld! Ja, da ist noch ein Feld! Gut! Müssen wir ganz durchrücken oder nicht? Was sagen wir? Müssen wir unter uns abmachen? 1, 2... Ach, müssen wir haben oder ganz durchrücken? Ich würde ganz durchrücken, oder? Dann musst du rücken! Hätte ich jetzt gedacht! Ja, okay! Ich meine, das macht das Ganze nochmal... Neville spannender! Oh! Da kann ich vielleicht nächstes mal eine raushauen! Wolfi ist schon richtig gespannt! Oh ne, ne, ne! Benks, den haust du nicht raus hier! Endlich kann er hier rumlaufen! Wolfi, pass auf! Ich bin dran! Und eine 1! Das ist nicht zu entschuldigen! Oh! Ne 2! Ach du Scheiße! Oh! Warte! Benks, hast du noch jemanden bei dir? Ne! Okay! Alle auf dem Feld! Ich bin hier Freaks auf dem Fersen! Jaja! Bitte würfel keine 3! Bitte... Oh ne 2! Oh! So ein Glück! Keine 2 nehme ich! Die nehme mal! Fuck! Ah! Ein Feld! Da kann ich auch nicht rausgeschmissen werden! Da gibt es gleich ein Battle wieder! Das ist aber echt knapp jetzt hier! Zwischen Rift und so haben wir so! Weee! Du schmeißt den raus, Benks! Müsst aber auch! Jetzt weißt du wie es wie am Anfang ging! Ich hab da keinen Einfluss drauf! Sagen wir mal so! Ne 1! Jetzt schon wieder eine 1! Weißt du? Ich hab auch recht jetzt! Also ich brauch hier ne 1! Du brauchst ne 1! Ich brauch hier ne 1, 2, ne 3! Nether Jump haben wir! Oh! Ah! Auf gehts! Kommt! Spielfiguren! Jetzt macht das richtig! Wolfi! Jesse! Strengt euch an bitte! Samso Ari! Haut eure ganzen Jump'n' Run Skills raus! Die ich nicht hab! Ich möchte übrigens betonen, dass ich beim ersten Mal First Try durchgekommen bin! Nur Push! Aber jetzt sage ich grad mega! Ja ich auch! Ich komme hier irgendwie gar nicht weit! Oh Gott! Ich war auch grad schon richtig weit! Habe ich irgendjemanden der guter Mann kann? Haben die das schwieriger gemacht? Haben die das schwieriger gemacht? Das ist eigentlich schwieriger! Haben's umgebaut! Mal eben kurz! Nein! Das ist doch genau dasselbe wie grad eben! Ich finde das ist sogar leichter! Ich liebe dich! Juhu! Hackerin! 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 Oh ich darf aber trotzdem würfeln! Ohne 4! Ja das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht! Ab geht's! Komm lauf! Schnell weg! Von Weave! Nicht dass da was ab passiert! Gut! Na willkommen in meiner Ecke! Komm jetzt ne 9! Ne 5! 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 Zomso nein! So kann's kommen! Ah! Schade! Aber jetzt dürfte ich doch 3 mal würfeln ne? Oh Gott! Banks macht das Ding schon bald hab ich das Gefühl! Na ich hab schon noch ne 5! 5! Ok 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 jetzt muss ich mich beeilen! Da unten ist Wolfi Wolfi Wolfi! Boah jetzt sind wir auf der selben Spur! Was hast du denn Wolfi? Oha! Was hast du denn in der Hand? Wolfi du hast irgendwie nen Würfel oder so in der Hand? Ja! Bei mir ist ne 5er bugged! Ja bei mir auch! Wolfi hackt? Wolfi würfelt? Achso! Das sieht ja voll klein aus! Ja da muss ich mir auch mal anrufen! Oh nein! Oh ich darf Würfel ne 5! Ne 6! Und ne 6! Komm lauf! Er hat einfach... Lauf Sommso! Ok ein Glück ein Glück ein Glück! Oh Wolfi ich dachte echt das wäre mit dir geschehen! Aber nein! Also ich kann ja nicht rausgehauen wer... Doch vom... Ich hab einfach ne Doppel 6! Ach ich darf ja dann nochmal! Oh nein! Jetzt ist mir Sommso auf den Fersen! Nein! Oh nein! Oh noch ne 6! Ich hab 3 6! Oh zum Glück! Jetzt bist du wieder von mir! Ich schmeiß dich wieder raus! Nein! Oh schade! Ich lauf ja dran vorbei! Ja aber ich schmeiß dich jetzt gleich wieder raus! Nö nö! Ich darf ja nochmal würfeln! Weißt du wieviel du gerade... Du hast fast das komplette Spielzeit gemacht! Ich hab 3... Ja ich hab 3 6 gehabt! PVP jetzt! Jetzt gehts wieder los ey! Oh nein! Ich muss eigentlich mit Freaks Team machen! Wir beide sterben eh direkt! Noch nie! Oder noch mal wer weg? Ich k Pack dich direkt in die Lava! Und jetzt sem... Er kommt natürlich hinterher gelaufen! Was war denn mit dir los? Guck mal da! Geh da mal da rein und komm mal in die Lava! Pret! Wir beide tragen das aus wie die da drüben. Oh. Nein! Ja! Drei. Oh Gott. Ich hab doch eigentlich was so getroffen. So. Da kommt doch von hinten der Schlawine. Ja. Oh. So. Boah. Ab in die Ecke mit dir. Ich würd auf Banks gehen. Aber noch. Ich geh auf beide. Hälfte. Hälfte. Oh. Oh. Schein. Nein. Jetzt gönnt er sich seinen Apfel. Du hast auch zwei Goldapfel noch. Du hast auch goldene Apfel. Nein nein. Ich krieg die Items nicht. Achso. Leider. Leider. So eine Schande. Nein. So. Und jetzt mal abstauben. Oh. Schade doch nicht. Er staubt dich locker ab. Ja. Ja. Weil er einen Apfel hat. Und die Extraherzen. Die habe ich nicht mehr. Die Vitamin Bombe. Genau. Und die Angel Kombos. Oh. Stimmt. Warum hab ich nicht mit der Angel gekämpft? Warte mal. Ich hab ein bisschen. Aber ich kann das auch nicht so gut. Das war klar. Wie viel Herzen? Wie viel Herzen? Ich glaube 4 hatte ich. Oh ja komm. Das geht ja los. Eine 2 nochmal. Yo. Samson. Let's go. So was brauche ich um dich jetzt rauszuschmeißen. Alter es wäre so geil gewesen wenn ich einfach noch eine 6. Drei Sechsen hintereinander alter. Krass. Ich bin echt gerade einmal komplett über das ganze Spielfeld gelaufen fast. Hast du überhaupt noch jemanden zuhause? Nee. Nee okay dann kann ich ja hier getrost. Kann ja doch mal eben drauf gehen. Du bist also gerade vor meiner Haustür. Dann schau ich noch von da. Was kann man so sagen? Endlich. Ach nee dann in der Mitte gibt es ja noch ein Feld. Ach nee wäre eh okay. Ach Moa du hast jemanden draußen? Ja das ging aber schnell. Bei mir hat ja eigentlich auch noch eine 3 gewissen. Oh. Nein. Yes. Ja. Nein. Die verdammte Rache. Dich in den Knie. Ich war echt schon total weit. Okay. Komm Wolfi. Wolfi mach das Ding. Was hast du denn im Kopf? Wolfi hat eine Fackel im Kopf. Schaut euch mal Wolfi an. So. Weiter Wolfi laufen laufen laufen. Einhorn. Er ist ein Einhorn. Ich hasse dich. Ich war nicht weit vom Ziel man. Das ist echt nicht mehr weit gewesen. Das wären nur ein paar Blöcke gewesen. Eine 2. Okay. 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 So. Aber ich bin auch nicht mehr weit vom Ziel entfernt. Ich auch nicht. Eine 5. Sehr gut. Oh warte. So zack. Lauf. Lauf. Samso. Lauf. Ich bin jetzt bei Rot. Ich überrunde gerade Rot quasi. Ja genau. Ich muss noch 1. 2. 3. 4. Oh. Labyrinth schon wieder. Das selbe. Hahaha. Wer hat sich den Weg noch gemerkt Leute. Ich nicht. Verdammt. Ich bin falsch. War das nicht hier? Irgendwie so schon. Wie fällt einfach nach links und rechts. Ach scheiße. Warte. Das war glaube ich da wo ihr gerade seid. Ich habe keine Ahnung wo. Ah. Ja ich wusste es doch. Mist. Aber Mr. Moor weiß natürlich wo der Weg ist. Verdammt. Warum bin ich denn so langsam. Nein 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 nein. Mr. Moor du bist in mir drin. Geh weg. Den genauen Weg kenn ich den noch. Doch doch doch. Den kenn ich noch. Nein ich bin falsch gelaufen. Nein. Hä? Wo bin ich denn hier? Achso ich musste erstmal wieder nach da oben kommen irgendwie. Ich kenn alles hier. Ja merkt man. Haha. Bestimmt. Ich bin gleich da Leute. Ich bin gleich da. Ja. Shit wo war das denn noch. Ich habe den Weg nicht mehr im Kopf. So ich bin da. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Also zumindest bei der ersten Zwischen und jetzt bin ich bei der dritten. Oh Leute. Haha. Jetzt muss ich hier nur finden. Hier. Mein Mund steht nur offen hier. Ich möchte es doch irgendwie schaffen. Ja. Ich möchte einmal sehen wie es aussieht da oben. Ähm. Leute. Nein. Haha. Okay. Und ab jetzt wirst du der King genannt glaube ich stand da. Boah. Du darfst deshalb ja auch viel mehr würfeln jetzt. Du hast einen Bonus. Nein. Das war dein großes Glück. Dein mega. Ach ja. Es geht nur doch eine 6 verdammtes Spiel. Ich könnte gewinnen jetzt ne. Nein. Fast. Mit viel Glück. Weil ich muss ja nur noch eine Figur ins Haus bringen oder? Wenn ich das nicht verstehe. Ja. Ja genau. Aber auch auf die richtige Stelle ne. Eins von den letzten. Ja. Ja ja ja. Klar. Wir wollen es ja nicht kaputt machen. Oh. Nochmal. Nochmal. Extra. Kann ich jetzt bitte mal länger als 10 Sekunden überleben? Ne ne. Was? Du hast mich schon genug geärgert. Ich geh jetzt in das Haus hier. Ich komm mal mehr. Oh. Oh. Alle in das Haus. Alter. Oh. Mega Explosion einfach. Ja genau ey. Boah. Was war das gerade? Das habe ich nicht gefunden. Hä? Was up? Komme. Oh. Die ist die. Oh. Wo bist du denn? Wo bist du denn gelandet? So. Oh. Alter. Wow. Oh. Double kill. Nee. Nee. Doch nicht. Oh. Shit. Alter. Ich bin irgendwo ganz anders gerade gelandet. Ich auch. Voll weit weg. Wow. Was freut ihr denn von mir? Ah. Hahaha. Alles geht kaputt. Du hast richtig. Das Haus zerstört Moor ey. Eingeschlagen wie ne Bombe. Alter. Alter. Meine Angel hat irgendwie gar keine Spannkraft mehr. Die mullt gar nicht mehr aus. Yo. Die ist komplett durch. Ah. Komm schon. Ah. Das war knapp. Das war knapp. Ich werfe immer meine Enderpelle. Obwohl gar nichts los ist. Ah Mist. Da muss man echt sparsam sein. Schon wiederkommen. Ich hab auch zwei komplett verschwendet. Oh Gott. So. Ja. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Als ob ich hab. Oh zum Glück alter. Im letzten Moment gerettet. Oh. Nein. Oh Gott. Oh zum Glück. Die hat mir den Arsch gerettet. Oh Gott. Wo hab ich meine Enderpelle? Oh Gott. Das ist mir zu spannend. Tschüssigabe. Tschüss. So Mo, jetzt aber. Going down for real ey. Tschüss. Going down for real. Nein. Jetzt hab ich dich aber mein Lieber. Und noch mal weg. Boah, du bist immer noch da. Oh. Und noch mal weg. Nein. Nein, ich bin in der Lava. Geil ey. Hast du gut gemacht. Oh. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Genau aus. Ich hab's gut gebrauchen können. Ich hoffe, dass du morgen bin. Oh ne. Guck mal, wo ich häng. Auf keinen Fall darf ich festgehen. Wir sind hängen geblieben. Nein. Ich bin nett. Fick dich. Oh nein. Oh shit. Fick dich. Hä? Die muss getroffen haben. Oh zum Glück. Ich dachte gerade, Alter. Nein, ich komm hier nicht mehr raus glaube ich. Ich hasse dich. Ja, als ob du dich noch mal gerettet hast. Ja, richtig Lack war das gerade zum Glück. Wie alle den Schwimmen hängen. Und wir hier einfach, Alter. Die Insel geht komplett kaputt. Einfach. Woah. Alter, ist cool. Ich hör einfach. Ich mach das mal ein bisschen leiser hier, Alter. Das ist genau die richtige Zeitpunkt. Zum leiser machen. Hab ich jetzt auch gemacht. Ja, Alter. Die Lava. Boah, die müssen ja die Lava schüpfen. Woh, nein, ich bin drin, ich brenne. Oder auch nicht. Alter. Hä, ich krieg aber keinen Schaden. Oh Gott. Decks, Feuerresistent. Lol, lol, lol. Nein, jetzt bin ich in den Tod gesprungen, shit. Oh nein, Moor, jetzt. Ja, komm, mach das Ding Moor. Komm schon Moor. Ja, ich probier. Er darf auf keinen Fall gewinnen. Das wäre hart, Alter, zweimal. Nein, schade, Alter. Du bist der Beste. Das wäre so krass gewesen, wenn ich einfach zweimal gewonnen hätte jetzt. Boah, das wäre so heftig gewesen, ey. Ich hoffe, dass man den Spielmodus, den ich nennen müsste, Zuschauer ärgert euch nicht. Ich sehe schon die Kommentare vor mir. Oh, so ein Arsch, ey. Warum hat er hier rausgehauen, ey. Der Flame beginnt. Let's beginn it. So, okay, Wolfi, come on. Aber das ist wie so, ne? Okay, okay, okay. Noch einmal würfeln und... Dann ist Weihnachten. So weit. So weit. Somso, klappt das? Was meinst du? Probieren wir mal, wa? Du musst dir genau ein Feld vor deine andere Figur setzen. Ja, aber er kommt zumindest... Ohne Scheiß. Das passt, glaube ich, perfekt. Mäh. Ja, Glückwunsch. Ich hab's gewonnen. JJ. Du hast das nie gemacht. Nice. Ich spiel die wieder mit. Oh, GG. Krass, ja, Glückwunsch. Krass, ich war nur kurz vor meinem Ziel. Aber das hat einfach perfekt gepasst. Das kann eigentlich gar nicht real sein. Das war einfach gehackt. Ich hab richtig viele Minispiele gewonnen. Du hast mich rausgehauen. Da hatten wir die Gushen, ja. Ja, aber meine Figuren waren die draußen. Am Anfang lief es bei dir richtig gut, Mr. Moore. Aber dann zum Ende hin, ne? Gar nicht. Gar nicht. Dafür, dass es bei mir am Anfang richtig schlecht lief, ne? Ja, bei mir auch. Ohne Scheiß. Und dann richtig... Wurde es immer besser. Ja, und die Minispiele haben sich auch dann am Ende wiederholt. Wir haben also alles soweit gesehen, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass es euch Spaß gemacht hat, mitzuspielen. Und bedanke mich dafür. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass es den Zuschauern Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Wenn ihr mehr wollt, dann schreibt uns das doch gerne. Und ansonsten würden wir uns über eine Bewertung freuen. Alle sind in der Beschreibung verlinkt. Ich denke mal, die unterschiedlichen Sichten... 500.000 Likes. Auf jeden. Minimum, ne? Eine Million. Die unterschiedlichen Sichten sind, denke ich, in der Beschreibung. Schaut dort vorbei, ist bestimmt interessant. Und ich sage jetzt, haut rein und tschö. Ciao. 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 Ciao.